Warum Dropshipping-Scam ist, das wird hier das wichtigste Video auf YouTube und nein, es ist ja kein Klickbait. Ich werde dir heute wirklich alles verraten als Coach, der auch in ähnlichen Branchen unterwegs ist, was dir diese ganzen Coaches, diese ganzen Gurus in diesem Bereich verheimlichen. Servus, ich bin der Butrus und fangen wir einfach mit Punkt Nummer 1, warum ich eigentlich Dropshipping für Scam betrachte, was dir keiner dieser Coaches erzähle, dass du eigentlich als Anbieter, auch wenn du keine Ware importierst, der Importeur bist, du haftest für die Produkte, die du verkaufst, denn was ist überhaupt, was hier gepredigt wird? Es wird gepredigt, du brauchst kein Startkapital, du kannst deinen eigenen Online-Shop starten, du brauchst nicht mal Produkte, die Produkte sind auf AliExpress, da connectest du einfach dein Shopify, was du einfach mit Drag & Drop machst, miteinander, der Kunde kommt, der kauft, du hast kein Startkapital, was du benötigt hast, weil der Shop kostet ja nur 29 Euro und alles andere kannst du sogar über kostenlosen Traffic hinbekommen, dass der Kunde bei dir bestellt, Ware, die du nie gesehen hast, nie angefasst hast, noch nie getestet hast und weißt du, was schlimm ist? Du sitzt in Deutschland oder in Europa und machst du dich komplett haftbar für Produkte, die du nie gesehen hast, nie getestet hast und nie angefasst hast. Fangen wir mit Punkt Nummer 1, erstens Haftung. Das bedeutet, auch wenn du die Ware verkaufst und nicht selbst importierst, was du denkst, auch wenn du verkaufst, du bist der Importeur, du bist der In-Verkehr-Bringer, heißt das laut dem deutschen Begriff. Das heißt, du hast die Ware eingeführt in Deutschland für Endkunden und du haftest komplett dafür. Und das ist, was viele gar nicht checken, dass du eigentlich komplett haftbar bist für Produkte, die du einfach vielleicht nicht kennst, keine Zertifikate haben. Viele Produkte, die von Chinesen verkauft werden, haben nicht mal Zertifikate und dürfen eigentlich in den europäischen Märkten so nicht verkauft werden. Punkt Nummer 2, was dir jetzt erzählt wird, du brauchst Besucher auf deiner Seite. Das heißt, du gehst auf TikTok, du gehst auf Instagram, machst du Werbung oder machst du Influencer-Marketing oder machst du Content. Das Ding ist, die Leute haben ja nicht ein Bedürfnis, sie jetzt zu kaufen, auch wenn dir auf TikTok ganz viele Views sind. Diese Leute sind ja nicht mit der Intention, auf TikTok zu kaufen. Die sind einfach da, um zu chillen und du willst sie dann mit deinem Produkt überzeugen. Am schlimmsten, was passieren kann, diese Leute sehen einfach deine Werbung, deine Arbeit und gehen einfach auf Amazon und kaufen diese Produkte dort ein. Das bedeutet, du machst dir die Arbeit und die Leute vertrauen dir nicht. Warum vertrauen die dir nicht? Ganz einfach, sie wollen keine Arbeit machen, indem sie sich registrieren auf deiner Seite. Die kennen dich nicht, die haben keinen Trust und sie wollen einfach nicht in einem kleinen Shop einkaufen, den sie nicht kennen. Frag dich doch selber, wann hast du das letzte Mal bei einem kleinen Online-Shop eingekauft und wann hast du das letzte Mal bei Amazon eingekauft. Drei von vier Kunden starten ihre Produktsuche mittlerweile auf Amazon. So, jetzt gehen wir zum nächsten Thema, Startkapital. Da wird dir erklärt, okay, du brauchst kein Startkapital, um Dropshipping zu machen. Sorry, diese Aussage ist komplett falsch, denn was passiert, wenn du eigentlich hier startest? Du gehst hin, machst vielleicht den Shopify-Store, der ist die ersten Tage gratis, okay. Irgendwann hast du den Shop, der kostet dich 29 Euro und jetzt brauchst du Besucher. Diese Besucher kosten Geld oder du machst kostenlosen Traffic. Aber wenn du anfängst, Werbung zu schalten, meistens sind die Videos, die geschaltet werden, die du einfach nutzen kannst von deinen Chinesen, von deinen Lieferanten, gar nicht wirklich für Instagram gedacht oder sind kopiert, sind geklaut. Das heißt, das sorgt dafür, dass dein Account auf Facebook ganz schnell gesperrt wird. Das bedeutet, du brauchst wieder neue Kreditkarte, neue Zahlungsinformationen und es dauert sehr, sehr lange, bis du eine Audience, bis du einfach Zielgruppe gefunden hast, die wirklich bei dir funktioniert. Ich möchte nicht sagen, dass Online-Shops nicht funktionieren. Nur wenn wir einfach die Situation betrachten, was dir diese ganzen Gurus sagen, ganz ehrlich, du wirst hier gleich in den Kommentaren sehr viele Heater finden, die einfach mal vielleicht selbst Online-Coaching anbieten. Ich biete auch Coaching an. Ich habe auch Software im Bereich Amazon. Wir haben auch sehr, sehr viel in dem Bereich. Aber ich möchte dir die komplette Wahrheit erzählen, was diese Leute hier gar nicht erzählen. Ich lebe selbst privat in Dubai. So, und ich sehe sehr viele Coaches da, die kommen, mieten sich Autos. Die haben ja nichts. Die haben ja nichts und die wollen dir erzählen, wie schnell du einfach reich wirst mit diesem Online-Shop. Selbst aber nie was auf die Reihe gekriegt haben. Da musst du wirklich aufpassen, weil diese Leute sind einfach Fäger. Ich habe einfach mich mit einem getroffen. Das war ein Kumpel, wollte mich treffen. Da war einer dabei, der wollte mich unbedingt kennenlernen. Der war bei mir zu Hause, hat meinen Porsche gesehen, hat meine Wohnung gesehen, hat gefragt, hey, lebst du wirklich von Amazon? Ich habe dir die Umsätze gezeigt, dass wir auf Amazon verkaufen und das auch machen. Klar, wir haben auch Mentoring, weil viele Leute fragen, okay, wie kann ich hier starten? Aber er hat sich gewundert, dass ich das alles habe. Aber er hat alles nur gemietet. Das heißt, sein Auto war nicht sein Auto, hat er die ganze Zeit Lamborghinis gehabt, wie auch immer. Und bei dem war ja so, dass er gefragt hat, einfach spezifische Fragen gestellt hat. Okay, wenn er ja eigentlich Mentoring verkauft, macht er Einmalzahlung, Ratenzahlung? Da sage ich, ja, Ratenzahlung, wenn die Kunden das wünschen. Er sagt, nein, wir machen nur Vorkasse. Da sage ich, ja, warum eigentlich? Weil sie Angst haben, dass die Kunden einfach nichts mehr bezahlen, weil sie einfach merken, dass das nicht funktioniert. Das heißt, sie sagen, okay, entweder zahlst du auf einmal oder gar nicht. Und das ist ein Indiz, dass das einfach nicht funktioniert. Kennst du aber auch ein Unternehmen, was so groß geworden ist mit Dropshipping? Ich kenne keinen. Wenn du auf unserem Channel schaust, wirst du sehr, sehr viele Stories finden von Leuten, die mittlerweile 20, 28, sogar 30 Millionen Jahresumsatz machen in diesem Bereich, 30, 40, 50 oder sogar 180 Mitarbeiter mittlerweile haben in dem Bereich, weil sie auf etwas Solides gesetzt haben. So, jetzt vergleichen wir mal einfach Amazon mit Dropshipping. Auf Amazon platzierst du deine Produkte, du erreichst automatisch Millionen von Kunden, die dort einkaufen, die vertrauen schon Amazon, sie kaufen nicht auf dieser Plattform und du musst nicht irgendeinen Traffic holen, wo du einfach nicht sicher bist, dass die Leute kaufen. Weil wenn du jetzt im Dropshipping zurückgehst, Werbung schaltest, du bist nicht sicher, ob die Leute kaufen. Die sind auf Facebook, Instagram, TikTok zum Chillen. Jetzt holst du sie auf deine Seite, sie kaufen nicht. Auf Amazon sind die da, die haben ihre Kreditkarteninformationen dort hinterlegt und warten auf dein Produkt. Und das ist halt das Problem, was dir keiner erzählt. Das heißt, Haftung. Zweites Problem. Du bist der Herr über deine Produkte. Das bedeutet, du musst aufpassen wegen Zertifikaten. Traffic funktioniert nicht. Zahlungsinformationen, du musst dich selbst drum kümmern. Und jetzt gehen wir noch auf mehr Probleme ein. Das heißt, das nächste Problem ist, wenn PayPal, Stripe, wie auch immer, spürt, dass du Dropshipping machst, wo viele dir erzählen, ja, das geht ja in Vorkasse. Die sperren dein Konto oder schränken das Geld oder frieren das Geld für 90 Tage ein. Das heißt, du bekommst dein Geld ganz, ganz spät. Du bekommst dein Geld ganz, ganz spät und dann bist du wieder wirklich derjenige, der in Vorkasse gehen muss, weil du die Werbung bezahlen musst, die Produkte bezahlen musst, vorfinanzieren musst. Und das stimmt ja gar nicht, dass du dann kein Startkapital brauchst, weil im Endeffekt das Geld ist eingefroren. Du bist ja mehr in Vorkasse gegangen, als wenn du jetzt ein Geld investiert hast in Ware, die du irgendwo eingesendet hast wie bei Amazon. Denn was machen wir mit Amazon FB? Wir kaufen, mal angenommen, 100 Bücher oder Notizbücher, die lagern wir bei Amazon. Das heißt, wir lassen den Hersteller die Ware zu Amazon schicken. Die Ware ist physisch bei Amazon vorhanden. Du hast die Ware davor gesehen, geprüft, fotografieren lassen. Und die Ware wird von Amazon verschickt, verkauft. Du kümmerst dich nicht um die Zahlungsabwicklung und du könntest dein Geld eventuell jederzeit auf dein Konto auszahlen, weil Amazon das Ganze auch so aufgebaut hat. Und übrigens, dieses System mit Amazon FB gibt es mittlerweile seit mittlerweile, das sind über zehn Jahre in Deutschland. Das heißt, wo wir gestartet haben, da müssen wir eigene Logistik machen. Und mittlerweile ist das viel leichter, mit Amazon FB zu starten, als mit Dropshipping, was dir die ganzen Gurus gar nicht so verraten. Denn wenn du mit dem eigenen Online-Shop startest, musst du richtiger Profi sein, um das Ganze zu gestalten. Ich rede aber nicht jetzt von Online-Shops, die funktionieren in bestimmten Nischen. Das heißt, was ich ja mit Dropshipping hier bezeichnet habe in diesem Video, sind diese ganzen Versprechen von den Gurus, die dir sagen, docke jetzt deinen Shop an AliExpress und lass den Chinesen die Ware schicken, wo die Ware innerhalb von 14 Tagen erst bei den Kunden ankommt. Und das ist ein echtes Problem. Bei einem Online-Shop, wo du was Solites aufbaust, habe ich auch nichts dagegen, dass du den eigenen Online-Shop aufbaust. Es funktioniert auch zum Teil, aber es ist viel schwieriger als Amazon FB. Deswegen überlege einfach, was möchte ich erreichen, welches Ziel möchte ich eingehen. Wenn du wirklich im Online-Handel schnell starten möchtest, schau dir die Videos auf unserem Channel und vor allem schau einfach, mit welchen Produkten du starten möchtest. Auf unserem Channel wirst du auch eine Software finden, nennst du AMSZ-Seller-System. Kannst du keine 14 Tage, sieben Tage unverbindlich testen, um herauszufinden, welche Produkte die Kunden auf Amazon kaufen, spezifisch. Und vielleicht kann das einfach dein Start sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020